habt ihr lust mit mir kreativ zu sein dann seid ihr hier richtig hallo meine lieben willkommen auf meinem kanal basteljunge und ich möchte mit euch heute ein album bastelt habt ihr schon mal gesehen ihr wollt euch warum momentan keine karten videos kommen oder generell keine karten kommen ist ich daran ich habe neun kisten mit karten das heißt wir brauchen auch noch papier zum für das da habe ich mir jetzt schon mal ein bisschen 15 mal 15 habe ich habe noch mehr die machen wir aber später wir machen jetzt erstmal ein album dafür brauche ich ich nehme dafür moziv papier weil das da für mich am einfachsten ist das schneiden wir uns noch zurecht ich nehme das jetzt netter das doppelt dass ich doppelt habe das nehmen jetzt die sanke jetzt Dann brauchen wir... Bindungspapier, das mache ich gleich. Einweinspuller hier da. Sehr gut, ich habe jetzt Cardstock gefunden. Und das schneide ich mit auf 16x16. Nicht, ja, muss ich nicht. 16x16 Ein Stück bekommen dort rein. Das ist meine letzte Kiste. 16x16 16x16 17x16 18x16 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 Untertitelung des ZDF, 2020 die restliche kümmern wir uns später das verbindet mir nicht ein Moment Dann meine Teile, die sind hier, mache ich jetzt folgendes. Ich schneide einen Pizzerkasten, das ist das beste. Dann habe ich meine 16x16. Das mache ich jetzt mit einem Teil. Dann haben wir hier das Teilschneid. Einmal. Pizzerkasten. 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 Dann haben wir 16. ich mach das mal in der bild gleich wieder dann müssen wir diese teile hier falzen 2 bei 3,5 einmal in der Mitte 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 Falzen sie einmal. Oder falten sie einmal. Das Designfakt hier klebe ich jetzt zum Schluss an. Und auch die Taschen. Alles wie hier beendet ist muss ich nicht richtig aufräumen. Nehmen wir uns ein Blatt. Und eine Bindungsteile. Und kleben da. Doppelt ist doppelt. Seitiges Knitband hoch. Schatzfeuer abziehen. Das Ende hier. Das muss jetzt also. Das muss nach außen zeigen. Dann. Und dann. Und dann. Und dann. Das mache ich jetzt. Mit allen Papieren. So. Jetzt. Müssen wir uns. noch. Das sieht. Für mal. noch mal. Und. Und. noch mal. 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 some. eins. jetzt, ein bisschen siehe. Şω. Ihr könnt jedes Papier nehmen was ihr wollt und es ist dann eben halt nur 15 oder 15. Ich mach das mal eben, da bin ich gleich wieder da. So. Schöne, das ist jetzt gerade meine Stimme Frosch verehrt. So sieht das jetzt aus. Hinten habe ich jetzt kein Papier herangemacht, weil ich das so lassen wollte. Vielleicht kann man da auch was schreiben. Genau. Ich glaube ich lasse das. Taschen mache ich jetzt doch nicht. Ich werde es jetzt aber nicht buchieren. So. Und das andere. So. So. Dust. ich habe meine Strasse ich suche sie mal im Ländler-Gerichter ich habe sie gefunden Einen Moment. So, ich habe mal wieder meinen Kreuzwusten gehabt. Dann setze ich auf den Spruch V-Pads. Und... Setze. Einen Moment. Alles gut, mir geht ganz gut. Ich habe bloß einen ganzen blöden Hustenanfall. Sehr gut. Ich verwende die jetzt. Die habe ich jetzt zu lange und würde ich mal noch verwenden. Und... ... 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